Musik Guten Abend miteinander. Ja, Zeit ist da, wo es wieder fein nach Waldluft und grilliertem schmückt. Und GOP hat für Sie alles bereit, was es für ein vergnügliches Picknick braucht, nämlich bekannte Margenartikel zu günstigen Preisen. Zum Beispiel die immer frischen Zweifelchips. Natur, Paprika oder Provençal. Oder die beliebten Gerberkäse, und zwar in sechs oder dann auch in zwölf Portionen. Und GOP-Bäckermeister offerieren Ihnen verschiedene ofenfrische Brotspezialitäten. Vom Kleienbrot, das ja besonders wertvoll ist bei der heutigen Ernährung, bis zum knusprig, luftigen Gerstenbrot. Oder auch die Sandwichbröten Mignon, die ja besonders praktisch sind zum Aufschneiden. Mh, das Schmuck dann verführend ist. Es ist nämlich ein tiefgefrorenes Boulé, das es diese Woche bei GOP gibt, und zwar zum Hitaktionspreis. Besonders fein wird so ein grilliertes Boulé, wenn man es mit Senf einstreicht. Und bei GOP gibt es jetzt den milden Tomi-Senf in der blauen Taube und dann auch in der roten Taube den Meerrettig-Senf. Auch gegen den grossen Durst hat GOP natürlich gut vorgesorgt mit Coca-Cola. GOP erfrischt immer und löscht den Durst. Und bei GOP läuft jetzt gerade eine grosse Aktion mit diesen beliebten Erfrischungsgetränken. Achtet Sie auf die Plakate an der GOP-Schaufeister. Und ich habe Ihnen noch ein paar nützliche Tipps, wie man gut und gesund grillieren tut. Erst wenn das Zündmittel ganz verbrennt ist, den Rost aufsetzen. In der offenen Flamme nie grillieren. Sondern warten, bis die Holzkohlen mit grauen Aschen bedeckt sind und diese dann wegblasen. Das Fleisch nie anstechen, sondern mit der Zange kehren. Und erst nach dem Grillieren salzen. So haben Sie immer feine, saftige Grilladen, die auch bekömmlich sind. Ich wünsche Ihnen einen guten. Und wir wünschen Ihnen allen noch eine genügliche Picknick. Und gehen jetzt weiter ins Co-Op-Center. Guten Abend miteinander. Bis zum nächsten Zistig gibt es beim Co-Op die Hit-Angebote. 500 Gramm Excellento Bohnenkaffee statt 6,70 nur 5,80. Und 250 Gramm statt 3,60 nur 3,10. 250 Gramm Bonsoir ohne Koffein statt 3,70 nur 3,20. Zweimal 500 Gramm Spaghetti statt 2,50 nur 1,70. Ein Naturell Shampoo für nur 2,20 und ein Tahiti Dusch wert oder Sport für nur 2,50. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. Fünf Kilo Tasch statt 15,90 nur 13,50. Und vier Kilo Gewebverräder Komfort statt 7,90 nur 5,90. Profitieren Sie von diesen Angeboten morgen in Ihrem Co-Op-Laden. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mittwoch.